Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen Börsengang, der so gar nicht dufte lief, ein IPO to the moon und einen folgenschweren Doppelschlag für Apple. Im Thema des Tages stellen wir zwölf Aktien mit Doppelwumms aus der zweiten Reihe vor und in der EEE-Idee verabschieden wir uns von einer legendären Sportpartnerschaft, die jetzt nach 17 Jahren zerbrochen ist und wir stellen den neuen vor. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Freitag, der 22. März und wir wünschen euch einen sportlichen Start in den Tag. Sport ist heute so etwas wie ein Leitmotiv und auch die Märkte waren schon gestern in Hochform. Der DAX gewann 0,9 Prozent auf 18.179 Punkte, womit er auf Rekordhoch aus dem Tag ging. Und das ist selten. Der Index hat jetzt seit Jahresanfang ein Plus von 8,5 Prozent geschafft und liegt damit über dem durchschnittlichen Plus eines ganzen Jahres im DAX. Und das in weniger als drei Monaten. Sportlich eben. Und da wir dabei sind, der Goldpreis, der hat gestern ebenfalls sein Allzeithoch markiert. Da ging es hoch bis auf 2.211 Dollar. Und das ist ein Plus von knapp 8 Prozent seit Jahresanfang. Auch andere Märkte waren am Donnerstag in Rekordlaune. Taubenhafte Zentralbanken hoben die Stimmung, insbesondere die Zinssignale der amerikanischen Notenbank. Und am Donnerstag preschte dann auch noch die Schweizerische Nationalbank mit einer Zinssenkung vor. Und die Bank of England, die stellte Zinssenkung in Aussicht. In London gewann der Fuzzi 100 sogar 1,9 Prozent. Und in der Wall Street kam dann nach guten Zahlen von Micron Technologies und einer Listenkonferenz von Broadcom sogar noch ein bisschen Doping zum Sport dazu, also KI-Doping. Und der S&P 500 gewann 0,3 Prozent und beendet auf dem Rekord von 5.242 Punkten. Denn der S&P 100, 0,4 Prozent höher, auch ein Rekord bei 18.320 Zähler. Und trotz dieser Rekordjagd an den Börsen legte die Deutsche Douglas einen katastrophalen Börsengang hin. Die Parfümerieaktie, die zu 26 Euro ausgegeben wurde, fiel gleich zum Start mit 25,50 Euro unter den Ausgabepreis und erreichte den Ausgabepreis kein einziges Mal mehr im Tagesverlauf. Und zum Handelsschluss stand Douglas dann bei 22,90 Euro, ein Minus von 12 Prozent, der Flop des Tages. Und das war dann auch der Duft des Flops, kann man sagen. Ja, und nun könnte man ja von gierigen Risikokapitalgebern sprechen, weil die ja jetzt verkauft haben. Und die wollten einfach zu hohen Verkaufsgrößen durchsetzen. Das Problem ist aber, dass mit dem verpatzten Börsengang das Umfeld jetzt für weitere Aspiranten nicht gerade besser geworden ist. Und gerade für Deutschland ist das ja ein verheerendes Signal. Dann ist es auch eine bekannte Brand, Douglas, die Anlegern Verluste beschert. Dann heißt es gleich wieder, Aktien sind eben doch Teufelszeug. Und das passt so gar nicht. Also das ist wirklich dramatisch für Deutschland. Und wir brauchen ja eher eigentlich eine Aktienkultur, die besser wird und nicht die noch schlechter wird. Ja, und ganz anders verlief dann das IPO von Reddit. Die Aktie folgte dem Lieblingsspruch der Subreddit WallStreetBets to the moon und eröffnete 38 Prozent über dem Ausgabekurs von 34 Dollar. Zum Handelsende lag der Kurs dann sogar bei 50,44 Dollar, ein Plus von fast 50 Prozent. Damit ist die Social Media Company, die für ihre Diskussionsforum, also diese Subreddits, bekannt ist jetzt, 9,5 Milliarden Dollar schwer. Und übrigens, in der Community WallStreetBets war Reddit mit 1715 Nennungen die meistdiskutierte Aktie noch vor Nvidia mit 958 Nennungen. Und Apple verloren mehr als vier Prozent der iPhone-Konzernen, sieht sich jetzt auch in seiner Heimat einem großen Kartellstreit gegenüber. Das amerikanische Justizministerium hat eine Wettbewerbsklage gegen den Elektronikkonzern eingereicht und wirft ihm darin vor, auf illegale Weise eine Monopolstellung aufrechtzuerhalten. Apple missbrauche seine Kontrolle über das iPhone, in dem Wettbewerber dabei behindert würden, konkurrierende Dienste wie Bezahlangebote auf dem Gerät zur Verfügung zu stellen. Das schade sowohl Verbrauchern als auch anderen Unternehmen. Damit muss Apple nun, bildlich gesprochen, an zwei Fronten kämpfen. Auch in Europa werden die Praktiken des iPhone-Konzerns untersucht. Der Börsenwert rutschte am Donnerstag um 115 Milliarden Dollar ab. Und solche Verluste sind womöglich sogar schmerzhafter als die Strafen selbst. In Europa wurde Apple von der EU-Kommission zu einer Zahlung von 1,8 Milliarden Euro verurteilt. Und auch Alphabet gehörte zu den Verlierern nicht ganz so stark wie Apple. Ungefähr 0,8 Prozent ging es runter. Aber hier hat der E-Commerce-König in Deutschland, Alex Graf, ein provokantes Gleichnis geprägt, das zeigen soll, dass die besten Tage hinter dem Suchmaschinenanbieter möglicherweise liegen könnten. Und Graf nennt Google ein AOL ohne CD. Dazu muss man wissen, AOL, das war der Anbieter, mit dem die Menschen rund um die Jahrtausendwende ins Internet gegangen sind. Und damals gab es immer eine CD dazu und AOL fusionierte irgendwann mit Time Warner und es folgte dann der Abstieg. Und Graf hatte schon mal eine provokante These damals für Zalando. Die hatten sie nämlich als Karstadt ohne Rolltreppe verspottet und zumindest damit lag er richtig. Und dann gab es noch zwei Sachen nachbörsig in Amerika. Lululemon, die verloren 11 Prozent, da war der Ausblick schlecht. Weniger Kunden in den Geschäften sind aber gesichtet worden und da meinten sie gleich, das würde schlechter werden. Und FedEx, da waren die Zahlen okay, aber ein Aktienkaufprogramm von 5 Milliarden in weiteres brachte dann den Kurs um 13 Prozent nach vorn. Für Gesprächsstoff sorgte dann am späten Nachmittag die Nachricht, dass der deutsche Fußballbund DFB nach 70 Jahren sich von seinem Ausrüster Adidas trennt und zu Nike wechselt. Adidas ging dann 0,4 Prozent billiger aus dem Tag, aber mehr dazu gleich in der AAA-Day. Und jetzt würde ich lieber, Chabitz, sagen hoch die Hände Wochenende. Aber du machst noch ein paar Terminchen, oder? Genau, ganz so schnell ist es dann doch nicht mit dem Wochenende. Wir haben nämlich noch heute das Geschäftsklimaindex vom IFO. Und das soll steigen auf 86 von 85,5. Und zwar der Ausblick soll da vor allen Dingen optimistischer sein. Und auch die Deutsche Bank hat ja diese Woche geschrieben, dass Deutschland möglicherweise Ende des ersten Quartals die Talsohle gesehen hat. Dann gibt es eine Ratingüberprüfung der Ratingagentur S&P für Deutschland. Und von den Unternehmen gibt es Zahlen von Kronis, Hensoldt, Bike24, SGL Carbon, Eckert & Ziegler, CW Stiftung, Patricia und den Geschäftsbericht. Chabitz ist ja ein großer Fan von Geschäftsberichten von Seqionet und OMV. Das Thema des Tages. Wir haben es euch versprochen und wir halten unser Versprechen. Nachdem wir uns zu Beginn der Woche die Dividendenzahler im DAX angeschaut haben, werfen wir jetzt zum Abschluss der Woche einen Blick auf die Dividenden im MDAX und im SDAX. Und hier gibt es neben den Ausschüttungen eine weitere Fantasie. Sollte die Konjunktur in Deutschland drehen, käme das besonders diesen mittelgroßen Titeln zugute. Es handelt sich dann gewissermaßen um Aktien mit Doppelwumms. Doppelwumms, genau. Und naja, eine Erwartung müssen wir gleich mal dämpfen. Bis vor kurzem waren die höchsten Dividendenrenditen ja in der zweiten Reihe in Deutschland zu finden, nämlich bei den Nebenwerten. Und das ist jetzt nicht mehr so. Der Grund ist einfach, die mittelgroßen und kleinen Börsenunternehmen leiden eben stärker als die DAX-Konzerne unter den hohen Energiepreisen hier bei uns, unter der Baukrise und der Schwäche der deutschen Binnenkonjunktur insgesamt. Ja, dennoch lohnt es sich, in der zweiten und dritten Börsenliga auf die Suche zu gehen. Denn da finden sich trotzdem jede Menge spannende Börsen-Stories. Und wenn es jetzt Unternehmen gibt in Sachen Dividendenhöhe und Stabilität, die mit den Großen da mithalten können, dann müssen die schon aus einem besonderen Holz geschnitzt sein. Wobei die Ausschüttungs-Champions aus der zweiten Reihe sind jetzt nicht gerade Musterbeispiele von Stabilität. Beispiel Nummer eins ist der Medienkonzern RTL, der zwar fast 9% Rendite bietet, aber gerade eine heftige Kürzung der Ausschüttung um ein Drittel hinter sich hat. Und zyklische Medien, da gibt es eben auch mal schnell ein paar Kürzungen, zumal die Werbeeinnahmen da kräftig eingebrochen sind, 10% in Deutschland. Nummer zwei ist der Logistikkonzern Hapag-Leut, der Reedereiriese, der zum Imperium des reichsten Deutschen Klaus-Michael Kühne gehört, zahlte noch vergangenes Jahr Rekordhoch 63 Euro je Aktie, Dividende. Und in diesem Jahr sind es laut Vorschlag des Managements nur noch 9,25 Euro. Immerhin gemessen am aktuellen Aktienkurs von 124 Euro entspricht das noch einer ganz ansehnlichen Dividendenrendite von 7,5%. Analysten gehen allerdings im Moment davon aus, dass die Ausschüttung im kommenden Jahr auf 2,25 Euro fallen könnte. Das wären dann nur noch ca. 2% Dividendenrendite. Aber so ganz absehen lässt sich das wegen der Volatilität des Reedereigeschäfts und der stark schwankenden Frachtrat nicht. Die Hoffnung auf einen Doppelwumms bleibt also bestehen. Zurück in die Gegenwart. Ungefähr in der gleichen Höhe wie bei Hapag-Leut, so 7,5%, bewegt sich dieses Jahr die Dividende beim Autozulieferer Schaeffler aus dem fränkischen Herzogenaurach. Das Geschäft ist ebenfalls zyklisch, aber nicht ganz so zyklisch wie das von Hapag-Leut. Die Experten sind daher zuversichtlich, dass sich die Franken nächstes Jahr eine ähnlich hohe Gewinnausschüttung leisten können wie in diesem Jahr. Und das Familienunternehmen hatte die Dividende zuletzt 2020 und 2021 senken müssen. Ganz ausgefallen ist die Gewinnbeteiligung damals aber auch nicht. In die Liste der Ausschüttungsmeister aus der zweiten Reihe, da kommen auch zwei Immobilienwerte, nämlich die Hamborner Reed, die sind spezialisiert auf Wohnungen in Metropolregionen, und die deutsche Euroshop, die machen in Shoppingcenter. Beide Firmen sind von den Verwerfungen am Immobilienmarkt bisher verschont geblieben und bieten eine Ausschüttungsrendite von gut 7%. Und mit einer 7 vor dem Komma wartet auch der Telekom-Dienstleiter Freenet auf, nach eigenen Angaben Deutschlands größter netzunabhängiger Mobilfunk-Service-Provider. Und Freenet schüttet das Gros seiner Gewinne an seine Anteilseigner aus und hat sich längst einen Namen bei Dividendeninvestoren gemacht. Bei Freenet gibt es sogar noch eine steuerliche Besonderheit. Die Dividenden werden aus dem sogenannten Einlagenkonto ausgeschüttet und damit fallen auf die Ausschüttungen weder Abgeltungssteuer noch Soli an. Selbst ein Chemietitel ist auf der Liste zu finden, und zwar in Form von Evonik Industries aus Essen. Anders als zum Beispiel Langsess haben die Essener, zu deren Kerngeschäft die sogenannten Additive gehören, ihre Ausschüttung 2024 konstant bei 1,17 Euro pro Aktie belassen. Das entspricht einer Dividendenrendite von 6,7 Prozent. Und noch eine andere Firma zeigt sich unbeeindruckt von der schlechten konjunkturellen Stimmung hierzulande. Der Weinhändel Havesco, bekannt etwa durch seine Ladenkette Jacques Weindepot, scheint der Konsumkrise zu trotzen. Für das laufende Jahr rechnen Analysten bei Havesco mit einer Ausschüttung von 2 Euro je Aktie. Der Autovermieter Sixt hingegen zahlt 2024 weniger Dividende als vor einem Jahr. So sieht der Dividendenvorschlag des Managements zumindest vor. Grund sind unter anderem hohe Abschreibungen auf Elektrofahrzeuge, deren Wert schneller schwindet als erwartet. Gleichwohl beträgt die Rendite der Pullacher 2024 6 Prozent. Und so viel bietet auch der Elektronikkonzern Medion. Die Medienausschüttung liegt seit elf Jahren konstant bei 69 Cent. Und so dürfte es auch für dieses Jahr bleiben. Das Geld wird den Investoren Ende November überwiesen. Auch deutsche Industriewerte sind Teil der Dividenden-Champions League. Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson dürfte auch in diesem Jahr wie schon 2023 1 Euro zahlen, wäre eine Rendite von 5,8 Prozent. Ja, und nochmal aus einer ganz anderen Branche stammt WashTech, der Betreiber von Waschanlagen, der ist mittlerweile in 80 Ländern der Welt vertreten, stellt seinen Aktionären 2,20 Euro Dividenden-Aussicht. Eine Rendite von 5,5 Prozent. Diese Aktie ist 2024 bereits richtig angesprungen. Seit Jahresanfang hat WashTech an der Börse ein Plus von 28 Prozent gemacht. Auf eine solche Kurserholung hoffen Anleger auch bei anderen Small- und Mid-Caps bisher vergebens. Aber, wie gesagt, es könnte ja sein, dass es ein Doppelwumms gibt. Es ist eine Nachricht, die die ganze Nation bewegt. Und ich glaube, es gibt niemanden, der keine Meinung dazu hat. Der DFB wird nach mehr als 70 Jahren den Ausrüster wechseln. Statt der drei Streifen von Adidas wird ab 2027 der Swoosh von Nike auf dem Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft prang. Und zwar der Herren wie der Damen. Und wir wollen in der Tübel-Eidee jetzt nicht darüber diskutieren, ob Wirtschaftsminister Robert Habeck recht hat, der sich ein deutsches Fußballtrikot ohne die drei Streifen nicht vorstellen kann und den DFB für seine Entscheidung kritisierte. Wir wollen euch mal verraten, welche Aktie denn lukrativer ist. Adidas oder Nike? Schaut man sich die Performance auf Sicht von fünf Jahren, zehn Jahren oder 20 Jahren an, liegt Nike vorn. Seit 2004 hat Nike im Schnitt 14,6 Prozent pro Jahr gemacht. Adidas 12,6. Macht auf Sicht von zwei Jahrzehnten einen Unterschied von nicht weniger als 457 Prozentpunkten. Doch als regelmäßige Hörer von Alles auf Aktien wisst ihr natürlich, vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Performance. Und so müssen wir uns die Sache nochmal genauer angucken. Nike macht mit einem Umsatz von umgerechnet 48 Milliarden Euro doppelt so viel wie Adidas, die 21,4 Milliarden Euro umsetzen. Und bei der Bruttomarge, da muss man sagen, da nehmen sich beide Firmen nicht wirklich was. Sie liegt so zwischen 44 und 47 Prozent. Allein bei der Nettomarge, da liegt Nike klar vorn. In den kommenden beiden Jahren allerdings soll Adidas schneller wachsen als die US-Konkurrenz. Das liegt auch daran, dass Adidas eine Art Turnaround-Story ist. Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Kanye West brach das Geschäft für Adidas auf breiter Front weg und der Konzern mit den drei Streifen musste hohe Abschreibungen vornehmen. Nike wiederum leidet unter dem Mauengeschäft in China. Wie Finanzchef Matthew Friend am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte, dürften die Erlöse im ersten Halbjahr des kommenden Geschäftsjahres 24,25 im niedrigen einstelligen Prozentbereich fallen. Die Nike-Aktie verlor nachbörslich 6 Prozent. Der Punkt für Umsatzwachstum, der geht an Adidas. Dafür hat Nike die stetigere und auch wesentlich höhere Dividendenrendite. Nikes Ausschüttungsrendite liegt bei 1,5 Prozent. Bei Adidas, da werden im Mai 70 Cent ausgeschüttet und das entspricht gerade einer Dividendenrendite von 0,4 Prozent. Der Dividendenpunkt, der geht also klar an Nike. Bei den Analysten ist Nike viel beliebter. 60 Prozent sagen kaufen. Bei Adidas sind es nur 42 Prozent. Das Kurspotenzial wird bei Nike auf 20 Prozent taxiert. Bei Adidas wird gar kein Potenzial mehr gesehen. Nochmal ein Punkt für die Amerikaner. Bleibt das Sportsponsorship. Hier hat Adidas mit dem Verlust der deutschen Fußballnationalmannschaft natürlich eine Schlappe hinnehmen müssen. Zwar halten Analysten Adidas immer noch für einen attraktiven Ausrüster, aber der Burggraben wird weit weniger breit eingeschätzt als der bei Nike. So Morningstar-Analyst David Swartz beispielsweise. Kommt noch ein Punkt für Nike hinzu. Wenn wir die Punkte zusammenrechnen, liegt Nike mit 3 zu 1 gegenüber Adidas vorn. Zu dem Schluss kommt auch Morningstar-Analyst Swartz, der die Adidas-Aktie bei 200 Euro für zu teuer hält und mit einem Kursziel von 163 Euro zum Verkaufen empfiehlt. Bei Nike sieht er den fairen Wert gut 40 Prozent über der aktuellen Notierung. Folglich rät er bei Nike zum Kaufen. Und Nike, also Nike ist ja die griechische Göttin, die steht für den Sieg. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schreibt uns eine Mail an www.888welt.de, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und ich muss gleich um Abbitte bitten. Mein Filmzitat von gestern, aus großer Kraft folgt große Verantwortung, stammt natürlich nicht aus Batman, sondern aus Spider-Man. Darauf haben uns vollkommen zu Recht ganz viele Hörer aufmerksam gemacht. Unter anderem Christian, Maik, Raphael, Rico, Sebastian, Zimas und Robin. Und Robin, der muss es ja wissen. Wenn wir den Podcast aufzeichnen, da ist es manchmal schon ganz schön spät. Seht's mir nach. Und umso mehr, danke für die Hinweise. Einen anderen, nicht minder relevanten Hinweis hat Thorsten geliefert. Er schreibt, in eurer letzten Folge habt ihr Renten-ETFs empfohlen, ist hier nicht der größte Schuldner auch am stärksten im Index gewichtet. Somit widerstrebt mir eine Anlage, da ich nicht dem größten Schuldner den höchsten Anteil widmen möchte. Wie seht ihr das? Thorsten, du hast natürlich recht. Das ist wie bei Aktien-ETFs. Die Firma mit der größten Marktkapitalisierung ist auch am stärksten gewichtet. Und so ist es auch bei Renten-ETFs. Wer besonders viele Schulden ausstehen hat, besonders viele Anleihen, der hat natürlich auch ein hohes Gewicht. Aber das heißt nicht zwingend, dass auch der größte Schuldner dann ein schlechter Schuldner sein muss. Beispielsweise hat Amerika wesentlich mehr Schuldner als die Türkei, aber würde trotzdem sagen, Amerika ist der bessere Schuldner und die Türkei der schlechtere. Aber es kann sich unter Umständen lohnen, bei Renten eher aktiv gemanagte Fonds zu nehmen als ETFs. Und wenn wir um ETFs sind, sind wir auch bei unserem Gast vom Samstag. Da werdet ihr alles, wirklich alles über ETFs erfahren. Das, was ihr wissen wolltet, was ihr auch nicht wissen wolltet. Und danach seid ihr wirklich klug und wisst alles. Und wir haben nämlich einen Gast, der ist Mathematiker und baut die Dinger zusammen. Und der hat diese Gabe, das zu erklären, ohne mathematisch zu sein. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns allen. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.